Schönen guten Morgen. Das ist mal eine schöne Farbe. Das ist ein Lebaron Konvertibel und zwar aus dem Jahr 1960. Ein V8 mit wunderschönen Pink und Weiß. Tolle Farbkombination und die großen Heckflossen. Wunderschönen guten Morgen. Hier haben wir einen Opel Ascona und zwar ein Ascona A Voyage. Der ist aus dem Jahr 1975 und das ist ein Kombi. Motor, Generalüberholung, fünf Gangen. Sehr schön. Opel in Kombi-Ausführung. Ascona, Kombi. Schönen guten Morgen. Opel und hier haben wir einen Regant E1. Der ist aus dem Jahr 1981. Zeitgemäßes Tuning. Sehr schön. Opel, BWS-Felgen. Auch in einer vollkommen unauffälligen Farbe. BMW. Schönen guten Morgen. Das hier ist ein BMW B9 Alpina mit 3,5 Liter, 245 PS. Fahrzeug ist aus dem Jahr 1983 im Originalzustand unrestauriert. Alpina, die Veredelungsschmiede von BMW. Schönen Dank. BMW Alpina. BMW. Ein... Cabrio...